Überragende 30-Tage-Test, Rettigkeitsnote 9,75. Inzwischen ging er schon einige Mal auf der Laufbahn-Tournee, auch schon in Belgien, einer der meistbeschäftigten Ängste inzwischen im europäischen Vergleich. Immer auf die Laufbahn. Und die Laufbahn. Der Festpunkt soll uns heute den Sammel anbleiben werden. Sie haben ihn selbst angehoben und ausgewählt. Meine Damen und Herren, das Ressortmanagement von Dinkel in Neustadtklasse, Henning Müller und das Landbestück Neustadtklasse hat nicht ansonst den Ruf, dass unter allen Landbestücken in Deutschland, was wir nicht hier am besten geritten wird. Ich habe sie nicht im Bild, keine Angst. So, dann dürfen wir einmal hinten aufzumarschieren und Karl-Heinz Finkler einmal in der Mitte aufmarschieren. Und belandet es in der Ressortman, meine Damen und Herren, ein Bild, in dem man sich berauschen kann. Das könnte ewig so weitergehen. Aber wir haben noch einige, wir haben heute für Sie vorbereitet, dürfen also auch hier einmal bitten, aufzumarschieren. Die Repräsentanten des deutschen Sportpferdes beim Bundeskampionat Dinkel war... ...